Der Hype um Pokémon GO ist auch in Deutschland angekommen. Mit der Augmented Reality App können die kleinen Monster überall gefangen werden, wenn man sie denn findet. Das funktioniert in Städten besser als auf dem Land. So treffen sich Pokémon-Jäger auch auf der Straße und lernen sich über ihr Hobby kennen – an der frischen Luft. Für mich ist der Ansporn einfach darin auch so ein bisschen unterwegs zu sein und auch mal zu sehen, wie viel man auch mal in der Stadt laufen kann. Ich bin vor zwei Tagen von der Warschauer hierher gelaufen. An dem ganzen Tag bin ich 32.000 Schritte gelaufen, also 23 Kilometer oder so. Und das hat für mich zum Beispiel schon mal was gebracht. Die App ist nicht immer stabil. Abstürze gehören zum Alltag. Aber das stört die Profis weniger. Sie wünschen sich eher neue Funktionen. Auf jeden Fall die versprochene Handelsfunktion, die Tauschfunktion von Pokémon. Dass man mit Freunden und anderen Leuten, die man auf der Straße trifft, auf jeden Fall Pokémon tauschen kann. Dann wäre es vielleicht noch ganz super, wenn sie implementieren, dass man vielleicht wirklich andere Pokémon-Go-Spieler in direkter Nähe vielleicht angezeigt bekommt. Obwohl es natürlich auch davor Nachteile gegeben hätte. Man möchte vielleicht nicht immer sofort erkannt werden. Aber das wäre auf jeden Fall super, dass man das erkennen könnte vielleicht direkt. Weil sonst sieht man sich ganz alleine auf der Karte, sozusagen auf das Handy start. Das wäre vielleicht eine Option. Ja, und im Grunde genommen eigentlich weiterhin vielleicht noch eine andere Option, vielleicht weiter zu kämpfen. Vielleicht auch mit Leuten nicht nur in der Arena zu kämpfen, vielleicht auch wirklich, dass man direkt, wenn man sich gegenübersteht, wenn man sich entscheidet, wollen wir keinen Kampf machen, klar, machen wir. Viele Pokémon-Fans sind schon in der Kindheit mit dem Gameboy auf Monsterjagd gegangen. Der Spielspaß ist geblieben, erweitert durch neue Aspekte. Die Eier finde ich super mit dem Inkubator, mit dem Rumlaufen. Das finde ich irgendwie ganz gut, weil man sieht dann auch den Fortschritt, wie viel man eigentlich gelaufen ist. Ja, sonst auch diese Arenenkämpfe finde ich ganz lustig. Auch, dass man eine Arena besetzen kann, dadurch die Goldmünzen verdienen kann, um sich dann wieder Sachen aus dem Store zu holen. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Ja, aber es ist mal so ein richtiger Machtkampf, um überhaupt an eine Arena ranzukommen, weil so viele immer die Arena besetzen wollen, dass es fast unmöglich ist. Besonders hier an Punkten wie dem Alexanderplatz. Vielleicht schafft Pokémon GO die Spieler auch langfristig zu motivieren. Und dann wächst eine neue Generation von Monsterjägern heran. Eine, die ihre Sammlung nicht auf dem Gameboy, sondern auf dem Smartphone unter freiem Himmel begonnen hat.